Ja Mensch, da ist er ja endlich! Eine gefühlte Ewigkeit mussten wir auf Biker Deacon St. John warten, bis er im Zombie, sorry, Freaker-Action-Adventure Days Gone endlich auf die PS4 brettert. Um euch nach all der Zeit nicht weiter auf die Folter zu spannen, das würden wir schließlich nie tun, hier die erlösenden Worte direkt zu Beginn. Nein, Days Gone hat auch in unserer Testversion das Spielerad nicht neu erfunden, aber, und das schreiben wir hier dick und fett, Entwickler Sony Band gelingt es dem schon so oft durchgekauten Setting der Zombie-Apokalypse frischen Wind einzuhauchen. Spielerisch bietet das Open-World-Abenteuer nämlich allerhand spannende Ideen und beschert uns zudem Momente, die uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Doch von vorn. Um was geht's denn eigentlich in Sonys neuem PS4-Exclusive? Keine Sorge, Spoiler zur Geschichte werdet ihr hier selbstverständlich keine finden. Also, da hätten wir zum einen die verheerende Pandemie, die einen Großteil der Menschheit in zombieartige Freaker verwandelt hat und dafür verantwortlich ist, dass unser grüner Planet einem Haufen Schutt und Asche gleicht. Und dann wäre da noch Biker Deacon St. John, ein tätowierter, sprücheklopfender Mann in seinen 30ern, der sich auf seinem Motorrad in den gnadenlosen Kampf ums Überleben stürzt. Also, so wie ich, nur mit Tattoos. Zugegeben, wirklich innovativ ist das Ganze nicht und generell müssen wir sagen, dass die Geschichte von Days Gone ganz und gar nicht zu den Stärken des Sony Exclusives gehört. Dabei klingen die angesprochenen Punkte vielversprechend. Es geht um Freundschaft, Liebe, Hoffnung und um Verzweiflung. Es geht um alles und irgendwie letztlich um nichts. Denn weder das Verhältnis zwischen Deacon und seinem Biker-Kumpel Boozer noch die Beziehung zu seiner Frau Sarah konnten uns packen. Auch die anfangs mysteriös angehauchte Geschichte rund um die unheimliche Forschungsorganisation Nero verliert schon recht schnell an Fahrt. Aber woran liegt das? Schuld an dem Ganzen ist schlicht der fehlende Fokus. Alle Handlungsstränge werden verheißungsvoll angerissen, nur um im weiteren Verlauf dann halbherzig fortgeführt zu werden. Aus einem, Mensch, das könnte interessant werden, wird dann schnell ein, ja, okay, und zum Schluss ein, wie, was, worum ging's doch gleich? Naja, egal. Und das ist wirklich schade, schließlich wissen wir nur zu gut, dass Open-World-Spiele aus jüngster Vergangenheit hier voll punkten konnten. The Witcher 3 und Horizon Zero Dawn zeigen, wie's besser geht. Aber gut, kommen wir vom wenig gewürzten Storybrei zu dem Part, der uns begeistert hat, dem Gameplay und der fantastischen Open-World. Die Spielwelt entpuppt sich als der große Star des Spiels und hat uns mit ihrem geerdeten und realistischen Nordamerika-Ansatz bereits nach wenigen Minuten voll und ganz in ihren Bann gezogen. Aber seht selbst. Herrlich, die tolle Aussicht vom Seeufer. Oder hier, die staubige, von heißen Quellen gesprengelte Cascade-Region. Hier die verschneite Straße nahe der Sherman Camps. Und hier, ähm, ne, das weniger. Das zeigt euch einfach nur den hohen Gewaltgrad des Spiels und die berechtigte USK-18-Einstufung. Die Optik schaut jedenfalls fantastisch aus und ist eines PS4-Exclusives mehr als würdig. An dieser Stelle allerdings eine große Warnung. Lasst euch vom malerischen Anblick bloß nicht täuschen. Außerhalb weniger geschützter Bereiche lauert der Tod an jedem Ort, zu jeder Zeit. Sei es in zerstörten Städten, alten Forschungsanlagen, blockierten Tunneln, der nächsten Wegkreuzung oder bei Onkel Willy an der Tanke. Überall wimmelt es von Freakern, Banditen oder gefährlichen Tieren, die gerne einen Happen-Biker-Fleisch abhaben würden. In keinem anderen Endzeitspiel haben wir uns so konstant bedroht gefühlt wie in Days Gone. Wer sich unvorbereitet in die Wildnis stürzt, hat schnell verloren. Schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hält unser tapferer Biker nur wenige Treffer aus. Ziel ist es daher, die Welt Stück für Stück ein wenig sicherer zu machen, damit sowas wie hier, wenn möglich kein zweites Mal passiert. Hätten wir uns nämlich rechtzeitig um die Marodeure aus dem Hinterhalt-Camp gekümmert, wäre der Weg ohne fiese Scharfschützen und Stolperfallen ein wesentlich leichter gewesen. Auch Freakernester solltet ihr wenn möglich verbrennen. Diese Keimzellen des Bösen sind nicht nur Stolpersteine auf dem Weg von Ort A nach B, sondern blockieren zudem eine Funktion, die in einem Open-World-Spiel essentiell ist, die Schnellreise. Liegt auf eurer Strecke nämlich ein gefährliches Gebiet, dann war's das mit der Komfortfunktion. Zwar könnt ihr manchmal Umwege über bereits gesicherte Orte nehmen, das hat jedoch einen großen Nachteil. Jede Schnellreise kostet Sprit und der ist in Days Gone eine kostbare Ressource. Achtet daher immer auf die Anzeige eures Tanks im grünen Bereich zu halten. Macht ihr das nicht, landet ihr hilflos mit eurem Bike mitten in der Pampa und wartet nur auf den nächsten Grizzly, der euch an die Gurgel will. Glaubt uns, das wollt ihr auf keinen Fall. Hier gilt, wer sein Bike liebt, der ist kein Geizhals und kauft Sprit. Um eure Chancen aufs Überleben stetig zu steigern, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, nach jedem Stufenaufstiege erhaltet ihr einen Fähigkeitspunkt, der in einen der drei Bereiche Nahkampf, Fernkampf und Überleben investiert. Ausufernde Beispiele ersparen wir uns an dieser Stelle, denn alle Punkte liefern nämlich genau das, was sie bedeuten. Ihr kennt das, sammelt mehr Pflanzen, macht längere Kombos mit Nahkampfwaffen und so weiter und so fort. Die neuen Skills haben uns speziell in den ersten Stufen ein wenig enttäuscht, waren darüber hinaus aber speziell auf den höheren Rängen ein entscheidender Vorteil. Möglichkeit Nummer zwei, in den insgesamt sechs Regionen der Open World findet ihr Camps der Überlebenden. Hier könnt ihr euer Bike pimpen, etwa die Füllmenge eures Tanks erhöhen, Waffen, Waffenaufsätze und Munition kaufen, Fälle gegen Bares verhökern, neue Missionen annehmen und vieles mehr. Das Ganze hat allerdings einen Haken. Kümmert ihr euch nicht um die Belangen der Menschen, sammelt kein Ansehen, dann bleiben euch die wichtigsten Upgrades verwehrt. Die gibt's nämlich nur für die Leute, die die Welt um das Camp herum sicherer gemacht haben. Richtig cool, die verschiedenen Camps gewähren euch individuelle Vorteile. Überlegt euch also gut, ob ihr erst dem Lager mit dem tollen Upgrade für euer Bike helft oder dem mit der mächtigen Pumpgun. Resident Evil Spieler kennen die Antwort bereits. Und zu guter Letzt Möglichkeit Nummer drei. In den heruntergekommenen Überresten der Nero-Forschungsanlagen findet ihr Stimpacks, die können einen permanenten Boost auf eine von drei Attributen geben. Gesundheit, Ausdauer und Konzentration. Letztere benötigt ihr, um mit der Waffe genauer zu zielen. Die Ausdauer hingegen für das absolute Highlight des Spiels, die Freaker Horden. Die aus bis zu 500 einzelnen Infizierten bestehenden Gruppen sind das mit Abstand größte Übel, auf das ihr in Days Gone trefft. Wer hier nicht bestens vorbereitet ist und sich im Voraus keinen perfekten Plan zusammengelegt hat, der… ja, seht selbst. Okay, Cut, das reicht. Mach das bitte besser. Die Horden sind zudem das perfekte Beispiel für eine glaubwürdige und dynamische Welt. Glaubwürdig und dynamisch, was hier wie aus dem PR-Handbuch der Entwickler klingt, wurde dank dem sogenannten Freeco-System tatsächlich in die Tat umgesetzt und beschreibt perfekt die sozialen Strukturen innerhalb der Zombie-Horden. Die müssen auf die Jagd gehen, haben eine eigene Rangordnung und ziehen in der Welt umher. Apropos dynamische Welt, neben einem dynamischen Tag-, Nacht- und Wettersystem verhalten sich auch die Gefahren untereinander glaubwürdig und unvorhersehbar. Ein paar Beispiele gefällig. Nichts ahnend säubern wir hier gerade ein Banditencamp, als plötzlich wie aus dem Nichts ein Wolf auf die letzte Überlebende zustürmt. Noch ein Beispiel, wir wollten aus rein wissenschaftlichen Zwecken testen, was passiert, wenn wir einen einsamen, hungernden Freaker in einem Camp zurücklassen. So grausam es ist, so realistisch wirkt es, da stürzt sich die arme Seele auf die Überreste seines toten Kumpanen. Solche Momente passieren euch immer wieder und bis zum Schluss hat uns dieses Feature fasziniert. Ebenfalls cool, die Welt wird nicht künstlich aufgefüllt. Habt ihr beispielsweise die Hälfte einer Horde getötet und flieht, bleibt dieser abseits aufgesammelter Nachzügler dezimiert zurück. Auch hinterlassene Kampfspuren bleiben Stunden später noch sichtbar. Ihr merkt, die offene Spielwelt hat uns begeistert und beim Blick auf die Karte merkt ihr, sie überfordert einen auch nicht mit tausend nervigen Symbolen wie beispielsweise in Spider-Man, Assassin's Creed, Skyrim und ich könnte die Liste jetzt noch ewig fortführen. Generell wirkt das Konzept vom Entwickler Bench gut durchdacht und hält uns zudem über 30 Stunden, die ihr allein für die Hauptstory benötigt, ordentlich auf Trab. Wer die gesamte Welt erleben und alle optionalen Aufgaben macht, kann locker nochmal 15 Stunden draufpacken. In Sachen Missionsdesign liefert Days Gone zwar keine großen Überraschungen, die abwechslungsreichen Aufträge halten uns aber trotzdem bei Laune. Lager befreien, Überlebende suchen, Ressourcen finden, Kopfgeld jagten, man kennt es. Aufgrund des spaßigen Gameplay-Mix aus Stealth on Action wird das aber so schnell nicht langweilig und viele Nebenaufgaben bescheren uns zudem sinnvolle Crafting-Rezepte oder Credits, die können wir dann in den Camps für Upgrades nutzen. Nachdem wir jetzt sehr lange über die Pros geredet haben, müssen wir noch über einen großen Elefanten im Raum reden, der zwar durch den ca. 20 GB großen Patch 1.03 etwas kleiner geworden ist, aber noch immer eine stattliche Größe hat. Ja, es geht um die Technik von Days Gone und nein, hier sprechen wir nicht über eine instabile Framerate oder eine niedrige Auflösung. Hier ist alles wunderbar, es geht vielmehr um Bugs, Abstürze, Freezes, Popups, fehlende Interaktionsmöglichkeiten und und und. Hier mal ein kleiner Auszug des teils urkomischen Grauens aufgenommen auf der PS4 Pro. In dieser Szene ist übrigens wie sehr oft der Ton abseits der Sprachgeräusche ausgefallen. Eine zusätzliche Warnung gibt es übrigens für die Standardversion der PS4, die in unserem Test mit deutlich größeren Technikproblemen zu kämpfen hatte als die leistungsstärkere Pro. Gerade von einem PS4 Exclusive erwarten wir in diesem Punkt deutlich mehr und haben uns für eine 5-Punkte-Abwertung entschieden. Bevor wir so langsam zum Ende des Videos kommen, wollen wir euch noch eine Frage beantworten, die bei einigen aus der Redaktion im Vorfeld für leichte Sorgenfalten auf der Stirn gesorgt hat. Wie viel Survival steckt denn jetzt in Days Gone und passt das Ganze zu der Schleich-und-Baller-Action? Auch hier können wir Positives berichten, denn das Survival-Light-Konzept passt zum Spiel. Weder müssen wir alle zwei Minuten auf eine Anzeige für Hunger und Durst achten, noch fällt Deacon in den kalten Regionen nach wenigen Metern im Schnee wie ein Eisblock vom Bike. Lediglich auf unsere Lebensenergie, unsere Ausdauer und den Zustand unseres Motorrads müssen wir achten. Wer fährt, wie die Axt im Walde und unterwegs Bäume rammt oder halsbrecherische Sprünge hinlegt, der muss sein treues Gefährt früher oder später mit Schrott reparieren. Den Tank sollten wir wie bereits erwähnt ebenfalls stets im Blick behalten und lieber zu früh als zu spät volltanken. Durch die richtige Vorbereitung können wir den meisten Problemen aber gut vorbeugen. Generell bremsen uns die Survival-Elemente in Days Gone keineswegs aus. Sie fühlen sich vielmehr wunderbar natürlich an und bereichern das Open-World-Gameplay um eine erfrischende Portion Nervenkitzel. Survival-typisch drückt uns Days Gone zudem ein Crafting-System in die Hand. Überall in der Spielwelt stolpern wir über Materialien für Munition, Verbände, Fallen, Sprengkörper und Waffenverbesserungen. Zum Beispiel leere Bierflaschen, Kerosin und alte Lumpen für den guten alten Molly oder eine Schachtel Nägel, mit der wir ein olles Stuhlbein in einen weitaus effizienteren Totschläger verwandeln. Abschließend kommen wir zum Fazit und können sagen, wir hatten wie bereits vorab in unserer Anspiel-Session eine Menge Spaß im Freaker-verseuchten Oregon. Allen voran das auf Nervenkitzel ausgelegte abwechslungsreiche Kampfsystem und die stimmige Open-World haben es uns angetan. Die Story samt Charakteren, mit denen gewiss nicht jeder so hart ins Gericht gehen wird, haben uns allerdings enttäuscht und auch die Technik ist Stand jetzt nicht exclusive-würdig. Da sind wir einfach Besseres gewohnt.